Ja, wie ihr sehen könnt, ist mal wieder Wellness angesagt. Wellness-Wochenende. Erneut im Schwarzwald. Eine wirklich wunderschöne Anlage. Hilda genießt den Pool in vollen Zügen. Hallo mein Schatz. Ja und wo wir uns hier befinden, da spanne ich euch jetzt noch ein bisschen auf die Folter. Das verrate ich jetzt nicht gleich. Aber schon bei den Außenaufnahmen könnt ihr erkennen, das Wetter spielt nicht mit. Es ist regnerisch und auch kalt und es ist ein kleiner Ort im Schwarzwald. Ja, hier der Saunabereich. Es gibt hier insgesamt drei Saunen. Eine Infrarotsauna, dann haben wir hier eine normale Sauna mit 60 Grad. Es gibt Erlebnisduschen und eine große finnische Sauna, die im Moment defekt ist oder zumindest außer Betrieb. Dann haben wir hier einen kleinen Außenbereich, ein Kneippbecken und eine Erlebnisdusche nochmals hier. So und dann würde ich doch sagen, nehme ich euch mal mit, wie das jetzt auf Neudeutsch ja immer so schön heißt. Nieselregen, kalt bei drei Grad. Warum nicht einfach mal zwei Nächte einfach in das nächste schöne kleine Resort gehen? Oder in das nächste schöne kleine Wellnesshotel. Und ich verrate immer noch nicht, wo wir hier sind. Okay. Do you enjoy the weekend? Yes, I am. Okay. Because I have all the rest of time. Okay. And now it's time to relax. Yeah. Manchmal muss ich sagen, da lohnt es sich doch wirklich arbeiten zu gehen. Wenn sich sowas schön ist. Dann zwischendurch einfach mal so. So, dann mache ich mal eine Pause. Und später werde ich euch dann mal verraten, wo wir uns hier eigentlich befinden. Ist natürlich toll, aus dem Pool heraus so nach draußen schauen zu können. Und da kann man sich sogar ein bisschen mit dem schlechten Wetter arrangieren, finde ich. Und Stand jetzt haben wir das Ganze auch am frühen Abend immer noch für uns.